guten morgen ich möchte heute mit dem zweiten kooperationsvideo kommen dass ich mit in love art eingegangen bin dass die ich mit in love art eingegangen bin und zwar möchte ich zeigen was ich mit den restlichen sachen gemacht habe ich fange an mit dieser stanze ich hatte euch gezeigt wie das ausgestanzt aussieht die ist super die stanze die stand sehr gut aus da bleibt nichts drin hängen ja und ich finde die richtig richtig toll so das ist die stanze ich habe ein kärtchen gemacht und zwar dieses hier ein einfaches glückwunsch kärtchen und hier drin ist dann der umschlag den habe ich einfach hier reingeklebt da kann man kann da halt geld rein tun oder ein zettel mit ein paar liebe zeilen oder so also das hier oben habe ich nicht angeklebt man kann es auch runter klappen wenn man den möchte ich fand es aber jetzt so ganz hübsch und ja das habe ich halt mit der stanze gemacht so dann habe ich mit diesem stempel hier gearbeitet und auch mit diesem und von diesem stempel habe ich moment jetzt muss ich mal schauen dieses glas hier benutzt diese bögen und diese blätter hier von diesem stempel habe ich diesen spruch hier genommen den kann man jetzt nicht mehr wirklich gut erkennen weil die stays on farbe nicht wirklich abgehen will so da kann man es vielleicht ein bisschen erkennen da da ist er ja ich zeige euch jetzt eben das kärtchen was damit entstanden ist und zwar ist es dieses hier von außen sieht die so aus und von innen schlicht so damit man hier auch noch was rein schlafen reinschreiben kann meine güte ich habe echt einen sprechfehler ja heute mal kein gesichts video das kommt vielleicht später in dem ich auch etwas erzählen wollte ich weiß nicht ob ich dazu noch heute kommen auf jeden fall wollte ich noch nur so video machen so das wäre das und ich habe noch eine dritte karte gemacht dazu habe ich wieder diesen stempel hier benutzt und dieses ganze stempel set mit dem mädchen entstanden ist daraus eine geburtstagskarte und zwar die hier hier habe ich die häuser einfach zusammen gestempelt davor den baum gemacht das mädchen habe ich extra ausgestempelt und ausgeschnitten damit ich diesen 3d effekt hier machen konnte und innen schaut die karte dann so aus dass das hier ein bisschen schwimmig ist das lag glaube ich an mir ich habe ein bisschen zu fester aufgedrückt und ich hatte eine sehr weiche unterlage drunter und ich denke mal deswegen ist das passiert aber für mich jetzt kein grund die karte wegzutun auch hier habe ich das mädchen noch mal aufgestempelt und aber einfach aufgeklebt so das sind meine ergebnisse die ich mit den sachen zutage gebracht habe klar kann man dann kann noch viel mehr damit machen aber dieses video ist extra um zu zeigen was man genau mit diesen sachen machen kann die ich mir geholt habe ist eine variante euch bleiben natürlich euch bleibt natürlich eure fantasie keine grenzen gesetzt und ich denke mal die werde ich wohl öfter benutzen gerade auch wenn ich ja wenn ich was fürs männliche geschlecht herstellen will diese karte hier ist eigentlich eher neutral passt auf männlein und weiblein ich habe trotzdem dunkle farben gewählt weil ich gedacht habe okay wenn du jetzt da die männer im kopf hast dann passt eine dunklere karte dann doch besser und ich finde dieses schwarz und weiß ganz schön und würde aber auch auf eine frau passen es gibt ja auch genug frauen die mögen auch so was dunkles so das video war kurz und schmerzlos ich hoffe euch hat das gefallen im übrigen ich verlinke das erste video noch mal hier weil in dem ersten video ein rabattcode zu sehen sein wird den ich jetzt gleich noch schnell nachtragen werde ich habe den gestern bekommen und ja ich hoffe euch hat das video gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein ich sag jetzt einfach mal bis zum nächsten video wann immer das sein wird bis 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 bis